Hallo, schön, dass Sie reinschauen bei Kintex TV. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Anlage für das Daumensattelgelenk. Beschwerden in diesem Bereich. Wir benötigen dafür zwei Streifen, einen Pre-Cut, den wir bis zur Hälfte etwa aufreißen und einen vorbereiteten Streifen von 15 cm Länge aus dem Classic Tape. Meine Kollegin zeigt Ihnen jetzt, wie das Ganze funktioniert. Zuerst stellen wir die Hand ein in eine vorgedehnte Position, reißen das Pre-Cut etwa bis zur Mitte auf, trennen das Trägerpapier der Basis in der Mitte auf und kleben die Basis genau auf das Daumensattelgelenk, lassen es den Unterarm hinauf ohne Zug auslaufen, streichen das Ganze an, lösen das Trägerpapier vom ersten Zügel, umwickeln den Daumen, überkreuzen am Daumengrundgelenk, nehmen den zweiten Zügel, gehen jetzt von innen nach außen und überkreuzen wieder am Daumengrundgelenk, kleben das Ganze ohne Zug auf, reiben es etwas an und nehmen dann unseren Classic Tape-Streifen unter maximalem Zug genau über das Daumensattelgelenk, die Basis jeweils auslaufen lassen, reiben das Ganze wieder an und fertig ist die Tape-Anlage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017